Hallo zusammen, hier ist wieder Holtschla und heute bin ich hier für euch in Battlefesten unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Spielzeug, das wir hier aus der Warfront im Arati-Hochland bekommen und zwar aus der nicht instanzierten Form, also sprich da, wo ihr ganz normal einfach mit 120 reinfliegen könnt. Wir befinden uns hier, wie gesagt, im Arati-Hochland auf den Koordinaten 18, 62 und hier ist gerade die Horde am Kontrollieren der Zone, sprich die Allianz-Festung ist zerstört und wir haben hier einen Rare-Mob, der Schreckliche Erscheinung heißt und dieser Rare-Mob hat mir eben ein Toy gedroppt und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt mal an und zwar haben wir das hier, dieses Ding heißt Geisterhafte Erscheinung, das setzen wir jetzt mal ein und lernen das und gucken uns mal an, was das gute Stück denn so kann und zwar basteln wir das mal hier einmal und ihr seht, wir sind hier einmal, ja, in Geisterform quasi, sieht recht cool aus hält 30 Minuten und hat eine Abklingzeit von einer Stunde jetzt schauen wir mal, bin ich auch ein Geisterbär? Nice, ich bin auch ein Geisterbär das ist gar nicht so schlecht ich kann mir auch vorstellen, im PvP kann das eine ganz schicke Sache sein klar, mit den Balken oben sieht man es aber manche Leute haben die auch nicht eingestellt und man sieht den Char dann kaum noch ist eine ganz nette Geschichte und ja, wieder ein Toy mehr vielleicht noch eine kleine Info zu den Rares im Allgemeinen ich habe jetzt heute so ein bisschen geguckt heute war der Reset von den Rares da die Horde nun, ja, hier die Zone kontrolliert es ist aber so, dass nur die Horde die Rares jetzt wieder killen kann nicht die Allianz weil es anscheinend immer nur so ist, dass der Reset für die eigene Fraktion dann kommt wenn man quasi die Zone, ja, erobert hat heißt, man hat die Zone für eine gewisse Zeit, wo man die Zone erobert hat dann muss die Allianz, oder jetzt halt die andere Fraktion Ressourcen sammeln sobald die Ressourcen gesammelt hat, greift sie sie an meistens dauert das Ressourcen sammeln vier Tage der Angriff dauert etwa sieben Tage und dann muss man selber wieder Ressourcen sammeln vier Tage, dann wieder sieben Tage angreifen und dann hat man es also es dauert etwa zwei Wochen bis man die Rares wieder taggen kann also man hat etwa zwei Wochen zwölf bis vierzehn Tage muss man warten, bis dementsprechend hier das Ganze wieder von vorne losgeht ist relativ lang und dementsprechend ähm, ja beziehungsweise es müsste noch länger sein, oder? muss zweimal nee, es ist sogar noch mehr es sind zweimal vierzehn Tage plus das ist über ein halber Monat ja gut, es dauert noch länger ich hab mich in meiner Milchmädchenrechnung verrechnet sprich, wir haben ja zweimal die vierzehn Tage wenn man es gleich am ersten Tag legt, die Ress wenn man die natürlich dann erst ein bisschen später legt das kommt immer auf den Zeitpunkt an wo man die Ress dementsprechend killt aber wie gesagt es braucht einen kompletten Zyklus bis man die Ress leider wieder looten kann ja, und dementsprechend bis man Toys, Pets und hier gibt es auch ein paar Mounts farmen kann dauert es leider ein bisschen gut, das war es mit dem kleinen Video ich hoffe dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen euer Jellar bis zum nächsten Mal ciao so bis zum nächsten Mal es gibt es auch mit dem 2, 2, 3 4, 4, 5, 3 4, 4, 5, 4, 3 5, 6, 5, 6, 5, 7, 8 5, 7, 8, 9, 9, 9, 10